Und deswegen kann ich mir es nicht wegdenken. Ich kann mir, wenn ich durch die Straßen gehe, durch die Stadt laufe und Muslime sehe, ja, subhanallah, es ist komisch, aber es ist so. Wenn ich Muslime sehe, als Muslim, selber als Muslim, denke ich im Unterbewusstsein, dass es Opfer sein könnten. Jeden Moment. Eine Frau mit Kopftuch, im Unterbewusstsein denke ich mir, dass sie jeden Moment angegriffen werden kann. Bespuckt werden kann. Beschimpft werden kann. Ja, getötet werden kann sogar. Genauso beim Mann, ein Muslim, der als Muslim zu erkennen ist. Mit Bad vielleicht und Gebetsmitte und so weiter. Ja, vor allen Dingen die älteren Brüder. Kommt vielleicht gerade von der Moschee und so weiter. Dann denke ich mir, im Unterbewusstsein, als Muslim, komisch, oder? Als Muslim selber, denke ich mir, subhanallah, er könnte jeden Moment von jemandem bespuckt werden, von jemandem angegriffen werden, von jemandem. Subhanallah. Und deswegen brauchen wir in dieser Zeit, und auch hier, den Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie bekommen wir diesen Schutz? Einfach so? Nein. Indem wir auch selber die Religion Allahs schützen. Ja, daakirall Ashab 같아요. Ja, daakirall Ashab. Ja, daakirall Ashab.